Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Wir starten in eine neue Runde Lotto-Glück. Mittwoch, der 22. September. Schönen guten Abend. Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen hier aus Saarbrücken. Und wir legen direkt wie immer los. Es ist alles aufdrucksgemäß. Überbrück. Ihnen allen jetzt viel Glück. So, und er ist wieder in Verpackung der Lottozahlen. Es geht er noch in 37-2-Stelle. Heute zumindest schon mal 7 Euro. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Mit 7. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück ist die 21. Ja, die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Und wir geben 3. 12 Milliarden. Das sind jetzt vierª, die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Die Lotto-Glück. Wenn du das malgeben, kommen wir jetzt zum Beispiel der Lotto-Glück. Und dann wird 8 Milliarden Euro. Das sind keine Lotto-Glück. Ich lente es zwei Tage. Nein, ich habe keinen Fall. Ich weiß nicht, dass das ist. Noch so eine Glückszahl, die 13. Und es liegt dennoch ein Neuer mehr in der Nähe. Die sind in der Nähe von der Nähe von den Saft. Die sind in der Nähe von den Saft. Weil sie jetzt über 2.277.77 Euro. Danke, dass wir das natürlich nicht spüren. Die nächste ist die 5. Und sie können sechs Stellen und Geld legen. Wir sind in der letzten Stunde des Sommers, denn um 21.21 Uhr beginnt der Herbst 2021. Damit ist ja der miese Sommer in diesem Jahr aufgetreten. Letztes, die 22. Also, das sind sie, die sechs Richtigen am heutigen Herbstanfang. Und weiter geht es jetzt, wie immer natürlich, mit der Zielung der Superzahl. Ich drücke nochmals die Daumen. Vielen Dank. 7.000.000 Euro, die gibt es natürlich nur, wenn zu den sechs Richtigen verlieben. Jetzt gleich haben wir die offentlich verpassenden Superzahlen, so wie ich empfehle. Und das ist heute, passend zum Jackpot, die sieben. Vielleicht doch eine Glückszahl. Gucken wir mal. Hier sind nochmal die Lottozahlen in richtiger Handfolge. 3, 5, 13, 21, 22, 31 und die Superzahl 7. Jetzt die Gewinnzahl der Zusatzlotterien. Super 6, 6, 0, 1, 7, 1, 3. Und noch die Gewinnzahl im Spiel 77, 9, 0, 4, 9, 6, 7, 5. Und das war es schon wieder. Das war Lotto am Mittwoch. Samstag 19.25 Uhr ist dann Miriam für Sie da. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Erstwoche. Hoffentlich nicht allzu stressig. Und dann am Samstag, wie gesagt, mit Miriam. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Mittwoch. Tschüss.